hallo und herzlich willkommen zur stromgarage heute ist es endlich soweit die verlosung von dem spendenball findet statt und wir werden dann auch unsere spenden die wir gemeinsam gesammelt haben kurz ans hospiz noch bringen das wird so ein kleines zweiteiliges video aber jetzt machen wir erst mal die verlosung also ich habe hier die namen von euch draufgeschrieben ihr konntet ja per paypal spenden und da habe ich ja einfach die namen abgeschrieben und würde mich dann halt bei euch melden wenn er gezogen wird wir haben jetzt insgesamt 350 euro gesammelt ich würde das ganze noch mal auf 500 euro auffüllen und genau das dann eben zu dem hospiz noch bringen und aber jetzt wird sie erst mal spannend jetzt gucke ich mal dass wir hier einen rausziehen ich gucke nicht hin man sieht es aber auch ähnlich so also ich habe hier einen glücklichen gewinner gezogen und jetzt schauen wir mal wer ist es der ralf kuh ich will jetzt hier aus datenschutzgründen nicht den ganzen nachnamen sagen aber ralf kuh ich werde mich bei dir melden du weißt wahrscheinlich schon dass du es bist wahrscheinlich wenn das video ausgestrahlt wird habe ich mich sowieso schon bei dir gemeldet weil wir werden mal rausfinden wo du wohnst da kannst du mir deine adresse geben und wenn das hier in der nähe ist dann kann ich dir den ball ja auch persönlich vorbeibringen so also wie gesagt 350 euro kamen von euch 150 lege ich noch dazu und dann fahren wir jetzt mal los zum hospiz und bringen die 500 euro da vorbei so ich bin angekommen im hospiz ich habe hier den 500 euro spenden check dabei den hat meine tochter gemalt und jetzt gehen wir mal rein zusammen ja wie war es denn mit dem tesla mit dem kleinen sehr gut also kam richtig gut bei den kids an wir hatten dann auch mitgenommen wir haben ja unsere sunshine kids gruppe wo wir uns regelmäßig treffen dass wir dann eingeladen haben oder in räumlichkeiten waren wo man da wirklich auch platz hatte mitzufahren und zwar natürlich ein riesen highlight also ein ganz großes dankeschön da gab es viele leuchtende kinder auch wenn auch den ersten unfall schon also er sieht jetzt schon etwas benutzter aus aber macht sich auch ganz gut wirkt so als hätte man damit richtig viel spaß sehr gut sehr gut sehr gut ja vielleicht ja auch relativ schnell das hat ja bestimmt auch gemerkt also schon nicht für die kleinsten unbedingt so perfekt geeignet also die kleinste war glaube ich der letzte woche war noch mal jemand hier zu besuch das war eine einjährige die haben wir einfach reingesetzt für den papa weil der papa ein riesen tesla-fan ist auch die tochter hat schon mal vor interesse man kann jetzt anfangen zu sparen ja das ist gut sehr gut auf allem der stufe 2 fährt er schon ganz gut ja ja ich habe das ja selber auch ausprobiert ich habe mich da auch eingequetscht also das ist schon nicht schlecht fast wie die großen ja glaube ich absolut ja genau also wir haben ja die versteigerung von diesem spendenball habe ich ja gemacht noch parallel und habe da auch ja einige schöne rückmeldungen gekriegt also erstmal vielen dank an euch alle die da gespendet haben von uns genau ich habe jetzt noch ein bisschen was draufgelegt dass wir dann eine runde summe haben und meine tochter hat mir heute morgen hier ein etwas alternativen spendencheck gemacht und ich möchte euch jetzt mal symbolisch überreichen klasse dankeschön wird es natürlich dann einfach überweisen auf euer spendenkonto ganz klar aber einfach dass ich euch irgendwas geben kann schön also da freuen wir uns ganz groß dass wir da auch noch in der form geld bekommen auch ein dankeschön an die tochter dass sie sich auch dafür eingesetzt hat uns ein kunstwerk zu präsentieren und es ist klasse einfach zu wissen menschen wie dich und auch dein umfeld und alle die zuschauen mit an unserer seite zu haben dass wir einfach unsere arbeit auch fortführen können also ganz großes dankeschön auch dass du dir doch noch mal zeit genommen hast hier vor ort zu kommen sehr gerne sehr gerne dass wir noch mal austauschen konnten ganz herzlichen dank ich finde das ist super so einen spendencheck in der form haben wir glaube ich noch nie nein nein das kann ich mir vorstellen und von daher werden wir dann separat aufhängen genau das ist toll das ist gut wir kommen mit plätzchen bei uns schön ja freut mich wenn das irgendwie was gebracht hat was wir gemacht haben genau hat sich jetzt ja doch ein bisschen hingezogen so insgesamt ist jetzt doch Ende Februar geworden ja naja aber wir sind ja immer da genau wir sind ja da aber darf jederzeit kommen ja das ist gut ok klasse dankeschön ja dankeschön gerne so die spende ist abgeliefert und dann soll es das auch schon gewesen sein mit diesem video wenn euch das video gefallen hat gebt mir einen daumen hoch lasst mir ein abo da und fahrt elektrisch ja ja durch